Und da sind wir wieder zurück zur letzten Teil Fiesta Online mit Kaya, der glaube ich schon verzweifelt ist. Ja, richtig verzweifelt. Weißt du aber gar nicht warum. Doch, du weißt warum. Nein, ich weiß nicht warum. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Jaja. Unklar. Kunte, danke. Bitte. Ja, die Gegner wollten sich da nicht. So, ich versuch's einfach. Kaya, halt mich ja. Ja. Ja, schön. Geh beim Bestes, ne? Ja klar. Ja klar. Also auch einen mittleren Puls machen. Und Level 48. Yeah. Okay, wir stellen uns noch einmal ganz kurz auf die Brücke. Ja. Ja. Wir stellen uns noch einmal ganz kurz hoch. Okay. Okay. Aber ich glaube, das Pferchen geht auch gleich ins Bettchen. Ja. 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 Ja, benutze es einfach. Benutze es. Ich kann das jetzt nicht benutzen. Hallo? Ach Mist. Ja, stimmt. Ich hab ja hier noch meine Aufträge, die ich annehmen muss. Wenn uns was angreift, verteidige uns. Was? Ja, klar. Wir können uns auch schnell auf die Brücke stellen, dass wir vielleicht einfacher. Wenn dich jetzt was angreift, heil ich dich. Okay, danke. Mal gucken. Was? Nein. Natürlich nicht. Äh. Wah. Sau. Ja. Achso, ja. Ich hatte ja noch einen Angriff. Meine Fähigkeit hier. Ja. 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 Das hat sie automatisch, ja, hat sie automatisch gedingselt. Gedingselt? Ja, gedingselt. Ich find Dingsum cool. Ich auch. Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber es wird schon passen. Dingsum ist halt Dingsum, ne? Dies passt schon. Passt. Ja, und wolltest du den Parten starten? Äh, ist schon gestartet. Oh. Wolltest du den Parten starten? Ich dachte, es sind doch... Hallo? Wäre nett, wenn du mich mal darüber informierst. Äh, sagen wir mal so, seit ich von der Brücke gegangen bin, geht der Part. Ah. Also alle Schmudeleien von mir von vorher sind nicht mit drauf. Ja gut, deine auch nicht. Das passt ja. Ich hab nur nichts gemacht. Ich bin die Leintragende hier. Ja, ja, klar. Ich hab gar nicht gemacht. Ein kleiner Hinweis wäre vielleicht mal ganz, ganz nett. Ja, ich dachte, das so wäre jetzt, ähm, Hinweis genuggewebe. Äh, ne. Ach, ach so. Ja gut, ne? Ja. Ja, kann man ja alles rausschneiden. Das ist einfach. Hier nichts rausschneiden. Ich? Hier kommt die ungefilterte Wahrheit. Ach so. Ja, solange bis YouTube da anstrich, ich bin ja nicht gewohnt. Hm, auch wieder wahr. Oh mein Gott, sie haben jetzt mal zugestimmt. Was ist denn hier los? Ich gewöhne dich nicht zu sehr daran. Jetzt habe ich Angst. Ne, ich nehme mal lieber ein bisschen Abstand, wer weiß, was du hast. Pest und Cholera. Eventuell. Was ist denn langweilig? Hatte ich schon dreimal. Ach so, ja gut, dann kannst du auch näher kommen. Ja, ne, ich bin nicht auf Kuschelkurs heute. Dann nicht. Dann halt nicht. Oh. Deine Heilung ist auf jeden Fall gefragt. Hä? So bist du nicht mehr anwesert, hallo? Ich wundere mich ganz einfach, warum halt der denn nicht? Weiß doch nicht, aber hat geklappt. Was war nicht, wie du das gemacht hast, aber es hat geklappt. Yeah. Ich hab zwar noch ein bisschen gehen gehalten, aber was machst du? Hey. Oh, Belohnung. Belohnung. Und, oh, Belohnung. Warte mal, ich hab noch hier noch, ja, Turm von Esso, also 20 nehmen wir natürlich an, ist klar. Auf dem nicht erlaubt. Zu spät. Okay. Und 10 Earth Spider, an dem ja, ne? Äh, ja. Mach einfach mal. Ja, ja, scheiße. Nicht wegrennen. Ja, das sagst du so einfach, wenn man angegriffen wird, nicht wegrennen. Ja, ich stehe hier und verteidige dich, das wird doch schwer, wenn du die ganze Zeit läufst. Das ist halt ein natürlicher Reflex weg zu rennen. Weißt du, was das Witzige ist? Ich habe mal die Tank, äh, die Beschreibung für die Klasse angeguckt. Ja. Du bist Paladin. Du bist, äh, Supporter, also du bist Heiler und Tank. Also eigentlich müsstest du hier, ne, müsstest du Polen und nicht ich. Was? Ich möchte hier Polen mit meinen 1048 HP oder was? Ja, ich denke dabei aber gerade an, ähm, Mondscheingrab, wo du mit den Viechern, die ja unter deinem Level schon waren, schon nicht klar gabst, wo sie sich fertig gemacht haben. Was ja nicht an dir liegt, sondern an der Klasse. Oder tausend auf einen, du willst das denn schaffen. Wo ich, wo ich mir nur denke, okay, wie willst du da Polen? Was willst du da Polen? Gar nicht. Gar nicht. Geh meinem Support nach. Ich geh meinem Support nach. Ja. Immer dem Support hinterher und dann bitte einmal links abbiegen. Sozusagen. Also ich finde, ich als CD kann eher Polen in solchen Gruppen als, äh, du als Paladin. Ich hab noch nie gehört, dass ein Paladin Polen gerade nicht, wenn er Support macht oder so. Äh, na doch, bei WoW. Das ist ja so, als wenn du einen Heiler lossteckst, der hier lockt mal die Gegner ab und machst alle Platz. Okay. Ein Paladin kann schon Polen, aber deren Fiesta auf dem Level, auf dem du jetzt gerade bist, macht das halt einfach keinen Sinn. Ähm, wenn du jetzt, ich weiß nicht, Level 100 oder sowas bist, dann macht das vielleicht Sinn, wenn du die letzte Abzweigung genommen hast, also wenn du Richtung Tank auch gehst. Ah, gut. Aber, so ist er eigentlich, glaube ich, in der normalen Questbeschreibung eigentlich und nicht als Tank vorgesehen. Der Krieger ist der eigentliche Tank. Der Rattenmensch hat Angst von mir. Der haut einfach ab. Okay. Das hab ich auch noch nicht. Ich hab gleich übrigens wieder ein Level Up. Also, äh, ich glaube, Easy sollten wir schaffen. Ja. Sof ich doch. Also, ich sehe dem ganz positiv. Gegenüber gerade. I mean, this is doch cute. Oh Gott. Dann würden wir dann nämlich ein paar Runs schaffen. Dann haben wir die Quest nämlich für dich auch endlich mal fertig. Oh mein Gott. Was denn? Ich habe jetzt, äh, mit die, also, das höchste, was man am Währung da kriegen kann. Du kannst ja Bronze, äh, Kupfer haben. Du kannst, äh, Silber haben. Dann kannst du ja Gold haben. Und dann gibt's ja dieses, äh, Gem. Und das Gem habe ich jetzt das aller, allererste Mal. Okay. Ich bin Reis. Ja, dann kannst du ja den Bogen an den Nagel hängen. Nö. Du ziehst irgendwo eine Villa und lässt die Füße baumeln. Nö. Nö? Nö. Ich sag mal so, wenn ich die nächste Ausrüstung für meine Klasse holen muss, finde ich eh pleite. Na gut. Na gut, pleite nicht. Aber dann ist der Gem wieder weg. Dem mit Gem. Dauert das erst mal wieder. 79%. Oh, und noch mehr Helme. ja ich möchte sie jetzt so schnell wie möglich vielleicht finden damit wir uns an übel wagen können ja die ob sagen noch viel ich nehme mich hier noch ein bisschen in anspruch weil ich will halt den weg dann beim nächsten mal nicht unbedingt laufen also wenn wir dann vielleicht doch mal wieder für dich dauert glaube ich noch ein bisschen zwei level mindestens hier bin ich mir aber nicht ich auch nicht nee will ich nicht annehmen level ab okay dann natürlich noch einmal kurz dann geht es einmal nach älteren gott der port geht aber schnell der weiß wirklich fix okay hakan muss ich einmal töten noch mal hakan ja ja spring denke ich mich auch gerade ein mini maul was ist denn ein mini maul ist denn im turm oder was nö nö allgemein so dann gehe ich noch mal kurz verkaufen ja nachher reittier aufwerten kann ich dann jungen von anderen machen jetzt den weg jetzt kann ich verkaufen oh das war dumm ich habe was verkaufen was ich eigentlich gebrauchen konnte so okay dann gebe ich ganz kurz eine quest ab ich werde mir gleich noch mal steinchen nachkaufen das ist eine gute idee ja ist das jeder stein händler 300 steine können ich mir kaufen oder nicht schlecht Oh, sehr schön. Bei mir dauert es noch, ich bin gerade mal bei 150 von 306, bei dem Mannachstein. Ah, ich habe jetzt 70, das reicht auch jeweils. Oh, 200, das reicht. Ja, wir wollen ja nicht übertreiben. Nicht? Nein. Fade. Ja, so scheiß Schlitten, da gibt es die Werden. Aber lieber das als gar kein Reizier. Ja, das stimmt. Und das ist komisch. Und wie findet sie meine Katze? Ja. Ja. Nur miau? Ja. 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 Ich kenne das doch. Ja, aber man kann doch ein Reizier selbst wenn ich eines welches man kennt doch schön finde. Ja, ist es ja auch wohl, müssen wir. Nee, wir seid. Ich wischte doch. Wie ein Jung. Ja, 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 ja. Ja. Du musst ja auch nichts machen. Er wird am Verkacken. Lauf! 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 Bläh! wegverkacken nur beim endbus ach du bist fast 50 mann hey dafür habe ich mich gut gehalten ja ich meinst mir zwar ja das level aber ja stimmt ach warte mal klick mal auf meinen namen mit rechtsklick auf master einladen so weil du es bist irgendwie erscheinst du nicht als mein lehrling aber gemacht vielleicht ohne reit hier ach warte mal her stimmt jetzt ja dann los mein meister klästern haben wir mal das ist doch wie am gegner in ruhe noch mal gar nichts entgegenzusetzen ok schlecht am uns in diesem gebiet wurde erkannt naja wurde um 100 prozent erhöht baden und so weiter das ist mir tatsächlich gerade egal da ich einfach mit dir durchrenne ja bei mir ist das nicht egal ja ich muss doch sowieso alles töten ich weiß ich weiß ich weiß da ist das wumpe was du mir jetzt hier sagst wir rennen durch gucken ob wir den endbus plätten können gut ist und gut ist gut ist das war noch So, die stehen, wir sind schon alle schön in einer Ecke. Wechsel dein AOE. Mhm. Einmal AOE drauf und das war's. So, genau das gleiche. Und Turm Etage 4. Oh, der erste Boss. Naja gut, der wird jetzt wahrscheinlich... Oh, ich habe so eine Angst. Oh, hu 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 hu. Ja. Noch schlechter gespielt geht's ja fast gar nicht mehr. Ach, Vater. Ja, mach das. Frau muss vernünftig sitzen. Oh, nicht nur Frau, Mann auch. Oh, Mann ist ja egal. Nee, gar nicht. Müssen alle bequem sitzen. So. Ah, ich liebe den Jäger endlich zum Spiel. Merkt man gar nicht. Nicht? Nein. Müssen wir ein bisschen mehr Elan. Geben. Oh, drei Level, dann kann ich die Schatztruhe öffnen. Diese Schatzkiste, wo man ja auch Kostüme und so weiter rauskriegt. Na, ich habe auch noch eine für 45. Ja, da brauchst du ein bisschen. Ich weiß. Ja, aber du gesagt, dass ich sie hab. Oh, ich habe auch einen Ball. ! Oh, ich habe auch eine andere Frage. Oh, ich habe doch noch einen Ball. Oh, ich habe dich er. Oh, ich hab. Ich habe vuES. Ich bin da auch in einem. Ja. Nett. Findest du? Ja. Also. Level 29 sind die Gegner. Nö. Ja. Zucker. Watte. Und wie sagt der Wette baust? Ich hasse Zucker Watte. Zuck is right. Und der nächste Boss. Magst du Zucker Watte? Nee. Gut. Vernünftige Antwort. Und auf in den nächsten Raum. Ja. Ich glaube ich ziehe einen in den Turm. Wenn du den komplett gesäubert hast, dann ist ihm keiner. Wir müssen hier aber mindestens noch viermal rein danach, wenn ich den Boss platten sollte. So. So. Und dann wird das nichts mit der Eigentumsrunde tun. Es gibt übrigens noch eine Erweiterung von dem Turm. Der geht von Level 60 bis. Schau mal, kann ich da irgendwie nachgucken? Und wo ging das? Und wo ging das? Irgendwo konnte man da noch nachgucken. Okay. Ich bin es gerade noch nicht. Ich bin es gerade noch nicht. Ah da, Gruppensuche. Sturm von Oesel. Sturm von Oesel. Kristallschloss ist es glaube ich. Von 60 bis 90. Ja. Das ist die Erweiterung davon, meine ich. Ach ja, in die Teufelsminen kommst du ja leider noch nicht rein. Da musst du ja noch eine Stufe warten. Oh. Vor dem. Ah doch, vor dem hast du. Würdest du nur Angst haben. Und Level 35. Für mich nichts mehr. Nee, für dich nicht. Vielleicht kommt der Raum mit den Riesenspinnen. Ich benutze dich jetzt als Lockvogel. Die machst du doch auch relativ schnell. Aber hier rein. Hier rein. Immer zu mir rennen. Tolle Fahrt dabei sein. Sonst funktioniert das bitte auch eh nicht, wenn du woanders hin rennst. Was kriegst du? Kriegst du viel Schaden? Das war knapp. Lustig, aber knapp. Ich benutze ihn nicht mehr als Lockvogel. Ist ja gut. Okay, hier sowieso nicht. Weil du, blöder Geist, willst du mich verarschen? Du bist- hier mein Dings nicht mehr an. Das hier ist leider nicht ganz so übersichtlich wie in FF14. Da ist dich retten und auf andere Gegner rüber switchen etwas schwieriger. Minimal schwieriger. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Nicht mal ansatzweise. Vergleichen kannst du alles. Naja. Na bei MMOs schon. Es sei du hast jetzt einen Hackenslay MMO dann nicht. Sowas wie Lost Ark. Lost Ark kannst du nicht damit vergleichen. Aber solche MMOs kannst du eigentlich immer miteinander vergleichen. Weil die alle da ein bisschen aufeinander aufbauen. Ich weiß mir das in Spielen, aber ich habe mir da noch nichts von angesehen. Ich kann da gar nichts sagen. Ist halt Diablo nur online sozusagen. Okay. Mit deiner Geschichte. Oh hallo Riesenspinnen. Diablo mag ich. Ja. Zum Wissen. Ich bin doch schon da. Ich bin doch schon da. Ja komm mal hopp. Ja komm mal hopp. Ja mach ich das schon. Ja fein. Du willst leckerli? Ach joa wenn du mich so fragst. Es wäre nett wenn man heilt auf mich. Danke. Was denn? Mach doch. Ich komm ich weiß ich komm zu dir. Ja und ich bin tot. Nö. Warte mal ich kann mich doch wiederbeleben hier direkt. Könntest du ja. Was soll ich denn sonst benutzen? Wo ist es denn jetzt? Vor allem du bist auch gleich tot. Ich bin nicht gleich tot. Ich lebe noch. Ach Eten benutzen da. Ja. Ich bin wieder da. Oh nö. Geh ich halt. Dann kommst du aber auch im Tumli voran. Besser als sie zu sterben. Die Spinnen sind doch Level 45. Ja. Überall. Ich bin wieder da. Guck mal. Geh ich halt. Ja du bist dann. Ja du bist dann. Ja du bist dann. Ja du bist dann, wie mach ich das drauf so. Die Spinnen sind doch auch jetzt wo ich so drauf. Ja du bist dann. Ja du bist dann. Ja du bist dann. Ah, könnte eng werden mit dem Endboss besiegen. Könnte dezent knapp werden. Aber nur dezent. Ich habe auch gar nicht die beste Rüstung. Also falls wir scheitern, werde ich gucken, ob ich mir noch mal bessere Rüstung holen kann. Weil ich habe sogar noch 30er Rüstung mit drin. Kein Wunder, dass ich so viel einstecke. Level 30, Level 40, Level 30, Level 30. Ja, also falls wir scheitern, ne? Ich gehe einmal da nochmal ganz kurz in die Stadt. Ja. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück. Nicht folgen. Oh, der Dicke kommt, der Dicke. Also bei mir ist er nicht. Ja, mich verfolgt er ja auch. Jetzt ist er doch hier. Ja jetzt, im Quattestament her, genau wie das Schleimi. Die Schleimis, ja, die waren direkt hinter dir. Und er kommt schon wieder auf mich zu. Ja, dann hau ab da. Mücher ist, ist er wieder weg. Du bist ja auch Heiler, du kriegst Heiler Agro. Okay, das wird noch nichts. Glaube ich. Na, wobei. Wieso bin ich denn jetzt tot? Ja, gut. Was hab ich denn jetzt angegriffen? Ich glaub wärst du nicht gestorben. Hätten wir es schaffen können. Ich weiß ja nicht mal, was mich getötet hat. Das war ja alles bei dir. Äh, höchstens direkt ja weh, aber. So statt, ne? Ey, ja. Du kannst da kurz warten. Ich bin kurz in L drin. Okay. Ja, ich muss ja mal nach Ausrüstung gucken. Ähm. Okay, für Stufe 50 geht noch nicht. Das ist ja logisch. Stufe 44, Stufe 46, Stufe 48. Hm. So. Jetzt hab ich auch einmal das Level 40 Agier. Okay. Ja, ich war mit Ausrüstungsgegenstände von Level 30 drin. Also. Joa. Nicht ganz sinnvoll. So könnte man es sagen. Ich glaub zwar immer noch nicht, dass wir ihn schaffen. Ich glaub, da bräuchte ich noch zwei Level für. Leo 3. Das war der Endpost, ja? Das war der Endpost, ja. Okay. Immer beim Endpost gescheitert. Ja. Ja. Ja.